genauso ja? ja, du musst dir eigentlich ganz gut hören, oder nicht? eigentlich schon, ja na gut, ich habe aber eine andere Soundkarte wer wird wer wird greffyn ja toll, hat er den Kill geklaut ja, es ist... die andere kannst du nicht mit der anderen kannst du besser abstauben weil ich glaube ich nehme die auf die mit der 3er Schuss, oder was? mhm ja, vielleicht kann man sogar mit der mit der Minigun, der Shane-Gun gut abschauen ach du scheiße genau, reingeschwungen der schon wieder Gorbatka Gorbatka ich bin doch nicht drauf gedacht oh, Gegner! da hättest... der hat von hinten... wenn der Gegner von hinten auf... ähm... oder wenn du den Gegner... wenn der Gegner dich überholt und der sieht dich nicht und du bist hinter ihm dann mach ihn parallel dazu immer nochmal einen Schlacht versetzen mhm doch einmal! doch nicht doch! oh, ich siehste, da wurde einer im Nahkampf kalt gemacht mhm aber der hat einen Gegner im Nahkampf kalt gemacht ah, lauf! scheiße! oh, der war schon fast tot so, jetzt... nein, der Gegner ne, unser hat unser hat ne, was ist der? Revenant? keine Ahnung ja, wenn dann... treff ich den heute noch? hey... hallo! ja, hat jemand anderes gekriegt ja naja aber er hat mich auch nicht getroffen lustigerweise ja, er hatte auch zwei Leute, ne die waren keine Lust granate hab ich... hab ich noch nicht voll oh... jetzt hab ich mich auf die granate verlassen gerade ja, ja... ich geh so aus ja ja munition, munition ja, ich wollte eigentlich die anderen auch wieder nehmen ja, es verpeil ich auch öfter ich hab da ein ganz mieses Gefühl ja ja er ist tot den hast du das gekriegt ja oh, den hat er im Naikampf getötet juhu das war ein Naikill warte, warte, war der eine? ja alter, der muss doch bald mal down sein wie hatte der denn, habt der jetzt... immer noch 27, der hatte vollen Schild, glaub ich hm mhm Goa Batgar, der Penis ach, jetzt hab ich Revenant genommen na, ja, ja na toll und jetzt wirst du den, jetzt wirst du den Demo oh, zu zweit hier sind einer ist down noch einer scheiße scheiße Dämonenruhne taucht gleich auf du rennst aber grad davon weg was sie denn? weiß ich nicht ne, du rennst davon weg aber ja, du wippsest so schnell ja, die würd ich sagen ja ja ja, zwei verlieren wir mal wie wenn die anderen dann kann ich gar nicht so weit weg gewesen sein von dem Fall ach, noch zwei Punkte, da haben sie gewonnen scheiße juhu juhu jetzt kennst du sie... ach ne juhu 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 ne, lief nicht so gut die Runde ja, ich bin schon ein bisschen enttäuscht hm ja glaub unteres Drittel war ich jetzt juhu 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 komm das her warum hört die das? äh, die Charakterkarte oder so oh, 6 oder 12 so ja, richtig schlecht 10 Assists ja, ich hab in den letzten, in den letzten Folgen der Beta hab ich... ja, guck mal 10 Assists, ne? die anderen haben nur 5 ey ja, in den letzten Folgen der Beta war ich froh wenn ich mal 5 kills geschafft habe was haben wir hier schönes, interessiert mich nicht sauggranate, die machen wir aber nicht ähm, Waffensets können wir noch eins machen nicht, wir machen erstmal hier Anpassung Rüstung, Helm oh ahahaha Urk achso, die Urk, das waren die Templer machen wir Templer machen wir Torso hey, wieso hab ich hier keinen Templer wollte ich doch, so ja das lassen wir jetzt mal alles, ne? ja obwohl hier haben wir auch Templer beim Arm machen wir auch Templer Echter Arm Höllenhund Kopfgeldjäger ja bleib mal so ok, noch 47 Sekunden haben wir ja das ist so ein geiler Helm oder? ja super stylisch super stylisch hm scheiß ausrufe zeichen weg machen Muster haben wir ein neues egal, wir bleiben achso 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 ja ausdragen ach nee ähm Verspottung haben wir neue das ist nicht langweilig ach du scheiße aber hier richtig viele jetzt Humor NEIN ach zunächst hat man Zeit hier an diesem Kackspiel du bist einfach zu langsam wir müssen das alles angucken das kann man auch irgendwann machen wenn man nicht gematcht drin ist oder so ja so, lässt du unten oder was? hihihi ich trau mich nicht, ich glaube ich werde gar nicht versuchen zu spielen ja, weil das Waffenset 4 müssen wir glaube ich noch fertig machen, das haben wir noch nicht 5 4 3 2 1 denk daran keine Überlebenden hast du schon mal das Sturmgewehr ausprobiert? ne ne doch das war nicht so mein Fall erster Kind aber der Gegner flirrt schon wieder hm das war ein gemeinschaftlicher Kind von wo? von oben schiebt das, das oh, da kriegt sie alle hier so ist tot oh, da kommen zwei Stimmen da hab ich natürlich wieder keine Granate, ne? was war das denn, alter? alter, was war das denn, alter? so, rechts das war doch, ist der Gegner doch da, oder nicht? hm sag ich doch, da, links ja, ich laufe doch nicht in drei Gegner rein das ist wahnsinnig ja, du hast ihn juhu lebe dich nicht mit einmal mehr fahren, wenn du Zero spielst das war ja eigentlich auch mal nötig, dass ich gerade eine schieße ja war für's Kill wenn du recht im Ausdruck drückst, dann zieht er noch ein bisschen präziser, glaube ich oh, verdammt ja, aber du hast einen weggeholt, ihr mal hin ja ja weil ich finde das extrem krass, dass das Leute hier wirklich schaffen, in diesem Spiel guck mal, du siehst ja, was für ein Durcheinander das hier ist, ne? dass das, die schaffen nur fünfmal zu sterben, oder so aber weil die halt, ähm die werden zwar auch getroffen und Headshot waren, glaube ich, 15, oder so oh, verdammt oh, verdammt ja, da waren aber auch zwei ja, ich dachte, von hinten kam einer und wusste ich nicht, dass er noch ein Seitengang ist Dämonenruhne, oh, ha zu weit weg schaffen wir nicht irgendein Idiot wird wieder ja, der Gegner natürlich und wenns da auch noch hin jetzt, oder was? du willst es wissen ja, will ich komm her, mein lieber weil du kannst auch versuchen wegzulauchen oh, er hat auch den Typen genommen weil, der hat, der hat zwar viel Energie, aber der hat auch nur ein Seitlimit das heißt, wenn du wegrennst und schreist wie so ein kleines Mädchen oder hinten ist auch, ne? hast du da schon mal rechte Maustaste gedrückt? bei dem Gewehr? oh, cool Oldschool, äh ne, Neumodern, früher gab's das ja gar nicht oh, alter, oh, eine Demütigung, wir wurden heute das erste Mal im Nackaf kalt gemacht hm, hm du Losche, kannst du dich aufpassen? das ist immer aber ganz schön drangezogen, oder war das noch andere? ja, du kannst, also du musst gar nicht so da dran sein für den Nackaf hm, hm nein, pass auf, das magma ja, das ist, ich hab's oh, wir haben ja aha ja, bleibt in seiner Nähe, oder so ja, ja Führung übernommen Dämonenbesessenheit ach du scheiße, wurde kalt gemacht was ist das nicht die Dämonenruhne, wo eher kalt gemacht wurde? Ne, die war weg, oder was? irgendwie nicht, muss die nicht fallen hm Immortal schon wieder, der ist das, das ist ein Penner hm ich glaub wir müssen die Lobby wechseln scheiße! das gibt's doch gar nicht, Alter, wie viel hat der denn, ach, Leben noch Gorbatka und Immortals, den mag ich nicht hm oder die mag ich nicht naja Führung verloren was ist denn hier unten gewesen? äh hm und, jetzt nochmal boah aaaaaaah ach, das gibt's doch nicht was immer er auch gerade aufgehoben hat hm ich glaub man, das hat ihm ein bisschen... das Leben gewinnen uns kann man nur töten, wenn man Cheater ist aber wir führen gerade so, es ist ein hartes Match es sticht aber nicht an mir, du ne man kann's ja gleich mal tap drücken ja, Headshots sind 5, äh 15, wie's aussieht ich krieg hier wieder keinen Killer ab, was soll denn da? aaaaaaah aber Gorbatka ist tot zumal ich hab ja noch nicht mal Assists dafür bekommen aber jetzt wird Gorbatka da wo ich nicht so viel abgezogen hab, da krieg ich ich versteh das auch nicht da sind die denn schon hier aber hm oh ne, Immortal hier, ne ja du hast Immortal getötet ja, die Lursche, der kann ja gar nicht genug zu Hause du alte Scheiße mhm der Granate rein na scheiße, immer wenn man so braucht es ist nicht da mach mal Kampf oder auch so oder so ooooh den hätte es im Nack aufnehmen sollen ja genau bisschen kuscheln mit ihm ja bisschen kuscheln mit ihm ja ist aber komisch, dass ich ihn im verwandeln nicht was abgezogen habe, ne weil ich hab ja auf ihn geschossen ist down führen mit 7 aber wird Zeit, dass da Revenant geklickt wird ja was warst du da irgendwas mit Skill-Bonus? was stand da was oder so was sagen wir die Serie oder so das waren zwei gewesen gerade ja, weil der hat eine 100 da oder das ist ein Cheater rechts das ballert nicht einmal rum die Panera-Raketen-Werfer immer diese Explosiv-Nuts, ne ich meine deine Granate explodiert ja nicht die macht ja so eine Art was macht die Spolzen oder so schießt du raus oder so ja so Blitze halt ringsrum, ne keine Ahnung jawohl ja mit dem, den kannst du gut umgehen, ne das ist fast so wie ein Battlefield, ähm oh Gott so ein M16, ne ja, ja da ist noch einer ja jawohl ja mach ihn aus, mach ne Pose jetzt F1 scheiße jetzt F1 los ja, oh ja, Mann er ist zu spät na wieso ach so ne, kannst du auch mitten im Match kannst das ja auch machen siehste wir haben's nicht geschafft schade, ja Mann, 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 Mann ich glaub du bist dritter oder? du hast doch gut abgeräumt oder nicht? das war doch mal so gut Trottor oder F1 würde ich sagen also mal gucken ähm neuer Level oh hier neuer äh mhm was haben wir hier die Beine Transformer-Helm war da hier naja, Dämon Mann Kubus ja, kann ich ja mal auswählen Mann Kubus dritter 13 zu 13 oh, du bist zu oft gestorben die werden fast gestorben fast verloren wegen dir mhm mhm 23 zu 12 ok, so oft stirbst du jetzt auch nicht, ne ist schon nicht schlecht mhm Level 9 so was wollten wir jetzt noch machen Waffensets, ne mhm ähm Hellshot Vortex und Schrotflinte das und Schrotflinte ähm hier haben wir Hellshot und Ach, Shane Gun ist auch ne gute Kombi, oder? Hellshot obwohl, ne, oder? oder hier ne Kombi ähm mit Feuerstoßgewehr und Shane Gun und Schrotflinte und Schrotflinte und Schrotflinte und Schrotflinte ja, ok, lasst mal mal so schrotflinte 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 Nein schrotflinte 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 schrotflinte